Hey, warte, 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 warte! Alle, 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 alle! Gott ist der Jurisdun! Gott ist der Jurisdun! Gib mir ein Junk! Junk! Gib mir ein B! B! Gib mir ein G! B! Gib mir ein 3! Drei! Was heißt das? Junk begin 3! Was heißt das? Junk begin 3! Lauf der Arm! Junk begin 3! Ja, der Boss am Apparat. Ja, hallo, hier ist wieder Florian von Tideflow.de. Ich würd mal fragen, ob's dieses Jahr vielleicht klappt mit unserem Interview. Ich hab, ich hab dir angefragt. Nein. Warum nicht? Bruder, warum eigentlich nicht? Weil er ein kleiner Nuttensohn ist. Okay. Und weil mir zu Ohren gekommen ist, dass du immer noch ein kleiner Nuttensohn bist. Ihr demonstriert gegen Waffen, ich demonstrier meine Waffen. Bitchboss und Banger sind zurück, um Rapper niederzuklatschen. Um morgens wach zu werden, piss ich an ein Starkstromgitter. Dann mach ich mit dem Schwarzkopf Hitler, wie Adolf Hitler. Wenn wir mal abkratzen, dann dein Blut, das an der Stoßstange klebt. Loyalität rein, wie die Koks-Qualität. Diesel Rapper. Vor der Kamera alle Mann hart, aber danach am Dicksacken. Sauna in Dubai. Ihr seid bei Arawan im Schwitzkasten. Ich bin am Ballen wie ein Motherfucker. Stapelscheine JPG bedeutet auch in harten Zeiten gerade bleiben. Alles tun, damit ich keine Geldsorgen mehr hab, solang es Cash abwirft. Wie Jordan Belfort auf der Yacht. Moralisch irgendwo zwischen Wettbetrüger und Sektenführer. Was bei mir so ansteht? 100 Bitches vor der Backstage-Tür. Alles Gold, Digga. Sie wollen mein Gold, Digga. Ich fipp den Text mit neuen Fingern, der zehnte ist am Call-Trigger. Vollclip in die Barretta. Es gibt Gunshots voll in deinem Face. Wir sind Kicke-Gangbanger. Das ist J zu den B, zu den Gang. JBG, es wird Zeit, dass die Szene wieder weiß, wir sind heiß. Ich werd immer Teil von JBG sein, deshalb sag dich zu Carlo Cux mit Sonny Blake, nein. Back auf der Street und zum letzten Mal als Team. Wir sind eins. Der Staat will uns im Sicherheitstrakt. Fitness war gestern, jetzt wird Fitna gemacht. Elan Mani, der Bänger, Farid ballert sich Rotex-Kuh. Inhalb Deutschland nenn mich Armleuchter wie gemeiner Rolex-Uhr. Deine Mann, nachdem ich die Hure klar mach, fick ich sie in den Arsch. Denn ich werd kein guter Vater. Fabula Rasa, fick deine Abitur. Ich komm mit C4 in Berührung wie ne Schachfigur. Wäre Sack Life noch Rehn, gäbe es Backpfeifen, Rin. Bitches, nehmt sich nur was raus, wenn ich sie zur Abtreibung zwing. Sierra Kid sieht aus, als hätte Down-Syndrom. Doch Farid Gangbang macht lila wie blau und rot. CIA denkt, ich werd nach dem Waterboarding labern. Doch ich bin nicht Sarah Konda Schwager. Bevor am Tatort die Cops ankommen, mach ich deine Zocker-Launch zu nem Octagon. Ah, deutsche Rapper, ja sie sind wie der Hartz IV. Während ich auf Kohle sitze wie ein indischer Farbkir. Vollclip in die Barretta. Es gibt Gunshots voll in dein Face. Voll in dein Face. Wir sind Kicke Gangbanger. Das ist J zu dem B. J-B-G. Es wird Zeit, dass die Szene wieder weiß. Wir sind eins. Ich werd immer Teil von J-B-G sein. Deshalb sag dich zu Carlo Cux mit Sonny Black, nein. Back auf der Street und zum letzten Mal als Team. Wir sind eins. Der Staat will uns im Sicherheitstrakt. Fitness war gestern, jetzt wird Fitna gemacht. Ich vertic am Menuh in Coca. Shoot aus dem SUV Schrottern. Ist S.U. im Koma. Ich bin Alessio Stifo Papa. Lässt sich nicht im merkischen Viertel blicken. Denn er macht sich ins Hemd wie bei Merchartikeln. Yo, ihr ganzen Trap-Newcomer sparst du drum wie unter Schlagstrom. Ich guck euch an mit A-Quom. Wie meine Chick mein Smartphone. Klatsch euch weg beim Gig, dann gibts Gejaude im Club. Und eure Stricher-Fans feiern's als Killer-Auto-Tune-Hook. Lauf durch die Hood, wird deine Tochter geschwängert. Fragt sie nicht Sohn oder Mädchen, sondern Boss oder Banger. Diese Fotzen von Rappern bieten die Franz-Hacken-Szene. Weil sie keine eigene Handschrift haben wie Analphabeten. Wir hatten die Straßen im Griff und habe die Straßen im Griff. Bringen immer noch Jagdinstinkt mit wie ein Safari-Tourist. Wenn dieser Ali mich trifft, kriegt einen panischen Blick. Und macht nen Satz nach links, die arabische Schrift. Wir endlich Cardio für dich, Bitch. Full-Clip in die Barmörter. Es gibt kein Schatz voll in deinem Face. Gangbanger. Das ist J-B-G. J-B-G. Wir sind... Ich werd immer Teil von J-B-G sein. Deshalb sag ich zu Kralogos. Für Sony Black! Nein! Back off the street. Und zum nächsten Mal ein Team. Wir sind eins. Der Start will uns ins Sicherheits-Trakt. Fitness war gestern, jetzt wird's Fitter gemacht. Mittal! It läuft! Du bist mit einem Punkt. Das ist Flugzeug. Ein Eihe. Nein! Das ist für eine Bedeutung.